freunde und kollegen der apokalypse seid willkommen heute spielt unser freund der andy jetzt zum allerersten mal daisy daher genauso ein chaotis wie wir hatten wir da ziemlich viel spaß bei der ganzen sache dem wünsche ich euch jetzt auch viel spaß beim zuschauen siehst du irgendwo ein großer platz siehst du irgendwo ein großer platz mit einer statu ich weiß wo du bist an die ich bin gleich bei dir steht es genau eine kreuzung ich glaube ich habe eine ahnung ich brauche ich glaube ich habe mich töte es ist doch du kann du michi sein das stimmt michi michi wollte mich töten warte mal ich will auch mal was probieren michi ich laufe jetzt einfach mal in die richtung moment such und schlag mit axt wenn da zufällig michi weil die weg ist das ist nicht meine schuld michi eigentlich mal unsere unentschieden ok ich habe mal was zum essen oder trinken oder was weiß ich was zum essen hier banane wo bist du hier liegt die banane hier liegt die banane und da kannst du nehmen was ich habe weil links pfeil rechts zwei tasche unter es gäbe und da kannst du ja rechtsklick rechtsklick und wo stehen hier liegt ah ok habe ich aber gestanden rechtsklick wo steht essen ok habe ich dann auf kreuz ich nehme dich aber fürs essen nicht hin lege handi warum macht er das das weiß ich nicht warum du dich hin legst warum er es selbst liegt ist das deine unterwürfige art oder ich stehe mal wieder auf ich zeige los was drin geht aber hier gibt es noch ihr gibt da noch ist die noch die dose hier wo ich stehe in der stadt oberhalb von berenzino an der kirche ja wir auch an dem großen platz jetzt esse ich gerade die büchse oberhalb von berenzino ich bin in berenzino also und wir sind die stadt die schiefstadt komm mit an die warte mal ich habe gerade jetzt ich habe voller mage wie renne ich jetzt dann michi ich hoffe ich laufe ich noch mal und wir sind durch ran ich weiß jetzt nicht wie es original ist ich glaube mit string was ist string die taste ganz unten links nee du laufe langsam äh äh Sven wie laufe man schnell keine ahnung ich habe weh ich laufe ohne eh schnell renne ich sehe schon geil aus ist voll die Assi Kleidung was ich hab wam nee zahl am vk ok andi du voll Assi warte mal bis ich hier aufwache ey du wust los eh ey wat wenn ich aufwache bis wust dein wieder finden ey seid ihr Peller ey Miserie Ja die hau... Peter sind ja müffach Ich wollte was ausruhen Das war so geil Ich bin nachgefallen um erforschen Ich denke ich komme Kann ich ihn ausrauben, Sven? Ey Denk nicht mal grau Warte mal Das geht doch bestimmt wie wenn ich was esse Pfeiltaste Ausrauben Warte mal Du musst mich erst mal erinnern wenn es geht Boah bist du ein Arsch Michi Äh du machst wieder Aufwand Ich blute, du Sau Du blutsch Ich probier das aus Michi Du bist übergelöst von Rackertsächti Äh ja Es geht gar nicht Haben wir gleich K.O. geschlagen? Der erste Schlag? Ja Boah du Zier Ja Einfach hab ichs drauf Michi Komm her ich muss was ins Aushang Mit Tab Leertaste drüge dann ist das weg Leertaste? Ne du geht an Kampfstelle Leertaste dann gehts weg Drück Tab-Taste und zieh den Rucksack mit der Maus Äh auf dein Bar Auf dein Körper Ach so So Ah ok Jetzt hab ich Ich hab ein Basic für dich Andi Ja und wo bist du? Ich bin oben Ich bin hoch gegangen Das ist das erste was ich jetzt finde ohne Scheiß Ich geb dir jetzt noch ne Waffe Ich bin grad auf dem Glob Cool Na ja ohne Hahahaha Der Andi macht nur den Gliche Sack Ey der kann schon nur Der kann schon alleine das Klo gehen da an wie? Er wird langsam groß Das ist halt so Und wir sind deine besten Freunde Echt? Wieso kommt die immer so hin? Ey Wann die immer so Hau drüben Ok Mini wo bist du? Der Mini ist bei uns Wo ist der Männle? Der ist in Ruhe nach dem Hausnei Hat er Angst wie Verklopfen? Keine Ne Gewöhnt er immer besser Aber wenn du irgendwo nah gehst vom Computer weg Nicht irgendwo in den inneren Baum oder in den Busch oder in den Hausnei zu gehen Weil sonst wer es platt macht wenn einer vorbeikommt Seht ihr mich? Ich hab gleich gefunden und Sven Ja Ja Ich könnte jetzt den Bullepa ans Knie kaufen Hahahaha Soll ich machen? Was? Soll ich machen? Was machen? Können uns voll verprügeln Ehh Aufwählen auf Und ausrauben Und ausrauben Ehh Aufwählen Wenn du einen Bullepack hast Könnt ich einen Bullepack über den Kopf ziehen Dann würde ich mich sehen Was kann ich machen? Ehh Ehh Woll über den Kopf Ehh 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 Soll er ruhig schlagen Was? Ne Ehh 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 Komm raus, Andi! Nee, ich hab einfach Stank. Ich hab den Lank voll, aber du findest mich nicht. Oh! Doch, ich hab eine Waffe. Ich hab, äh, CR-75, ist das gut? Oh, komm her, ich hab Munition dafür. Ja, aber du hast kein Magazin, gell? Ja, und du hast keine Bistolen. Echt? Du hast, du hast, du hast die Schuße, ich hab Bistolen, gell? Ich hab einen Bistolen. Bistolen hab ich auch. Und ich hab Munition. Aber ohne Magazin kannst du immer nur einen Schuss rein tun, weißt? Ja, komm raus, ich geb dir Munition. Nee, nee, ich trau dir nicht. Vertrau mir, Andi. Liegt da als was auf dem Schrank, wo man nicht mehr kann? Ja. Ja. Wenn du in Enter drückst, wechselst du... Ich hab jetzt drei Fackeln, glaube ich. Fackeln? Schmeißt du Fackeln weg? Du brauchst Platz, schmeißt das Scheißrack weg. Das brauchst du alles nicht. Okay. Fackeln und Racks brauchst du nicht. Racks, zwei, drei Stück, kannst du mitnehmen. Wo bin ich noch eigentlich drin? Du liege Handschelle, Alter. Mitnehmen wir. Nimm's doch mit. Mitnehmen wir, Alter. Ich hab genug Platz. Alles klar, ich nehm's immer mit. Oh, ich hab sogar Munition, oder? Mach mit, wie du denkst. Wo seid ihr? Seid ihr noch in der Stadt? Oder seid ihr weiter gelaufen? Äh, wir sind immer noch dort. Michi, wenn ihr mich in Munition... Was? Wenn ihr mich in Munition... ...und die Handschelle... ...dass die Stadt zu weit weg ist. Und mal hier zehn Schuss, wo die CR 75 mal kannst. Mhm. Mit Tab drücken. Tab. So, Tab abe. Jetzt hab ich das da, das da... ...und das da. Also, jetzt geht Doppelklick. Warum ging's eben, ne? Guck mal, hier liegt der Mütz für dich. Das kommt vor, das ist manchmal verpackt. Was denn? Das kommt vor. Jetzt kannst du die Munition auf die... ...auf die Pistole ziehen. Okay? Warte mal. Oh, Servus, Sven. Was muss ich machen? Also, nimmst du Munition... ...klickst sie mit der Maus... ...in die Hand. Mit der Maus. Wer ist denn wer von euch? Ich bin der mit der Bacy. Ich hab jetzt bei mir... ...die Waffe und die Munition sowas machen. Du nimmst die Munition... ...und drückst linke Maustaste. Ja. Und dann ziehst du die Munition... ...auf die Waffe, ganz seit linke Maustaste. Auf die Waffe. Und dann klick... ...Kamper... ...CR75. Ne? Doch, ja. Und dann machst du das. Und dann lädt er eine Kugel rein. Weil du kein Magazin hast. Ne, mach dann nicht. Da ist vielleicht schon eine Kugel drin. Wo ist denn, wie schies ich? Warte, ich auch. Warte. Nehm die Waffe in die Hand. Und fies. Waffe in die Hand. Okay. Und linke Maustaste. Linke Maustaste. Wo seid ihr alle? 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 Oh, nix. Warte mal. Ich guck. Ne, der klickt durch. Okay, jetzt lass sie in die Hand. Und mach das gleiche nochmal. Ja. Munition nehmen. Linke Maustaste drücken. Gedrückt halten. Und die Munition auf die Waffe ziehen. Okay. So. Ich hab jetzt die Waffe in die Hand. Nimm die Waffe in die Hand. Hab ich auch. Tab. Ich hab jetzt die Waffe in die Hand. Jetzt Tab. Okay. Weiter. Klick mit der Maus auf die Munition. Linke Maustaste drücken. Und gedrückt halten. Hab ich. Auf die Hände zu. Du bist schwul, ne? Ja. Und loslassen. Und dann steht der Kugel. der Camper. Okay. Dann lass die Waffe im Inventar drin. Geht auch. Und jetzt das gleiche nochmal. Linke Maustaste. Gedrückt halten. Und mit der Munition auf die Waffe. Und dann wird die so gelb. Dann klickst du auf Camper CR 75. Das geht nicht. Wer macht das immerhin? Michi. Genau die gleiche Scheiße hab ich ja auch gemacht. Aber das geht nicht. Hab ich vielleicht falsche Munition für die falsche Waffe? Jetzt such mal die Maus auf die Munition. Und lass die Maus auf die Munition stehen. Und sag mal was da steht. So. So steht. 15 RND MP 50. 5 Mech. Einfach die Mun auf die Waffe drauf. Und fertig. Die 9mm Mun, wo ich da gewarbt. Jetzt ist sie klar. Jetzt kannst du nicht nur mal laden. Jetzt kannst du nicht nur mal ballern. Vollmal oder? Einmal kann ich ballern. Und ich richte grad die Waffe auf dich. Andi. War nur Spaß. Und guck mal was ich in der Hand hab. Hände hoch. Sofort die Hände hoch. Warte guck mal der ist dran. Das ist geil. Wieso hab ich jetzt keine Waffe in der Hand? Weil der drauf im Boden liegt. Ne. Die hab ich doch da. Ja. Ja tatsächlich. Was ist jetzt? Er hat sie in der Hand. Er hat sie in der Hand. Ey mach die Knarre von mir weg. Mach die Knarre von mir weg. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Ah ne. Das ist ja ein Ufaller. Mach mal lieber der Michi fertig. Wurschaum. Mach die Knarre von mir weg. Wollt ihr das echt riskieren? Ihr gegen mich? Ohhhh. Ich hau ab. Dieses Mal guck ich mich um und guck dass du nicht mir hinterher guckst wo ich nachrenne. Ich lock sogar aus wenn es sein muss. Wo bist du? Ja Sven alles klar. Komm mal mit Andy. Wo ist die große Runde? Ja komm mit Sven komm schon auch. Jawoll. Ey mach die Hände drunter. Leertalst du drücke. Oh das ist aber weil ich irgendwo um mich die Coward hab. Ja. Ja. Die Spiel können. Weil die Arme getötet und auf der Umgetrampelte und durch deine Leiche Schiff getastet haben. Die Spiel können der Heiße statt Standalone trauen. Nein keinem. Das ist ein Schwätze. Andy renne. Ja wie? Shift links. Ach so war das andere Shift. Wo bist du? Shift? Was war das Shift? Äh. Großschweiber. Der Pfeil nach oben. Der große. Welcher? Hier drin. Ne halt halt. Es ist keine Zeit. Es ist der Jet. Nein die noch eins darunter. Das ist Steuerung. Nein. Zwischen Groß. Zwischen Festfeldtaste und Großschreibtaste. Ich weiß nicht. Weil bei mir steht es bei Steuerung rechts falsch. Hier. Hier liegt ein Rucksack. Lila noch. Der hat 20 Blatt. Tja. Alle anderen. Am Anfang ist es schwer. Aber so ist es halt. Wir haben alle mal angefangen. Ein bisschen Spielerfahrung. Ein paar Tage. Und dann passt es schon. Und äh. Falls es für euch gepasst hat. Wenn euch die Folge gefallen hat. Dann würde ich mich echt freuen. Über einen Daumen hoch. Vielleicht einen Kommentar. Und ach ja. Ich soll euch erinnern. Das abonnieren nicht vergessen. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus. Tschüss. Tschüss.